Es ist ein Auftritt, wie Silvio Berlusconi ihn liebt. Höchstpersönlich besucht Italiens Regierungschef die kleine Mittelmeerinsel Lampedusa, die angesichts der Ankunft tausender Bootsflüchtlinge aus Nordafrika vor ernsten Problemen steht. Unter dem Applaus der Insulaner verspricht Berlusconi, die Flüchtlinge aufs italienische Festland bringen zu lassen. Wir glauben, dass die Operation, die Einwanderer von der Insel zu bringen, zwei oder zweieinhalb Tage dauert. Das bedeutet, in 48 bis 60 Stunden wird Lampedusa nur noch von Lampedusern bewohnt. Es sind meist junge Männer, die sich aus Nordafrika auf die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer gewagt haben. Ihr Ziel ist Europa in Hoffnung auf ein besseres Leben. Seit dem Sturz des tunesischen Machthabers Ben Ali Mitte Januar hat sich die Zahl der Flüchtlinge deutlich erhöht. Auf dem gerade einmal 20 Quadratkilometer großen Eiland Lampedusa sind seitdem 20.000 Menschen angekommen. Das UN-Flüchtlingskommissariat und die italienische Opposition hatten zuletzt vor allem über untragbare hygienische Zustände auf der Insel geklagt. Im Passagierhafen, wo sich Tag und Nacht tausende Einwanderer drängen, gibt es nur drei provisorische Toiletten und keine Dusche. Lampedusa habe Unannehmlichkeiten erlitten, sagt Berlusconi bei seinem Besuch. Seine Regierung werde die Insel deshalb für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Mit den Inselbewohnern demonstrierte Regierungschef Solidarität. Ich habe ein sehr schönes Haus bei Carla Francese gefunden. Es heißt Die Zwei Palmen. Und ich habe es mir gekauft. Jetzt haben sie einen Repräsentanten im Herzen der Regierung, der den Angelegenheiten der Insel die größtmögliche Aufmerksamkeit schenkt. Doch Berlusconi stößt nicht bei allen Insulanern auf Sympathie. Ich kann es nicht glauben. Er setzt eine Maske auf. Nichts weiter. Ich glaube ihm nichts. Er hat Italien so viele Versprechen gemacht und sie nicht gehalten. Dass auch künftig weitere Bootsflüchtlinge aus Nordafrika in Lampedusa ankommen, gilt unterdessen als wahrscheinlich. Italien befürchtet einen Ansturm von bis zu 300.000 Flüchtlingen wegen des Krieges in Libyen.